Fabio Eute, Sie haben 4-1 gegen Lausanne gewonnen, aber das war nicht so einfach. Stimmt, ja, im ersten Drittel waren wir ganz klar unterlegen, da war Lausanne viel stärker. Zum Glück, Haris Hatteri war unglaublich, das ganze Spiel, im ersten Drittel sowieso, der hat es im Spiel gehabt, so mir am Schluss. Ja, glücklich, glaube ich, sind es Null geschossen, ich glaube, dass Lausanne im ersten Drittel viel stärker war als mir. Für dich wieder zwei Tore, das ist gut zu nehmen. Ja, das nehme ich gerne, sowieso, wenn wir 4-1 gewinnen, drei Punkte, bleiben wir daheim, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir im zweiten und dritten Drittel besser ins Spiel gekommen sind und so haben wir es, glaube ich, am Ende doch irgendwie verdient, sage ich jetzt mal. Herzlichen Dank.